Hallo Leute, bevor das Video losgeht, muss ich euch noch was sagen, nämlich ist auch bei mir. Ja, hallo. Ja, in dem Video können rassistische Bemerkungen oder ähnliches vorkommen. Und ja, vielleicht ist es für euch nicht so lustig, wie es für uns beim Aufnehmen war, denn ich habe das gesagt und ich habe mich daneben extrem totgelacht. Ja, und wegen den rassistischen Bemerkungen, wir haben wirklich nichts gegen Ausländer und so weiter Russen. Und ich hoffe, ihr versteht das. Ja, die Leute, die wir hier gejolt haben, mit denen haben wir im Nachhinein geredet und die haben es okay gefunden, dass wir es auf YouTube hochladen. Wir haben sich sogar darauf gefreut, haben sie gesagt. Ja. Und ja, das war es dann im Endeffekt. Intro ab! H-Hallo, kann man schon Deutsch hören? Ja. Ha. Ha, du, tu nichts Deutsch, du Türk. Das, dein Name, Luki, das habe ich in Durden gelesen, ist voll Türkisch, ne? Ha, ha, ha. Was, was lachst du über Wahrheit, diga? Ey, was raus, du so! Blasen geht an, das hast du verstanden! So ein Falk ist stärker als Ui! Digga, du bist so außer Kontrolle, ne? Ey Alter, du verstehst es nicht, dein Mikrofon kann man keinen Blasen! Ist auch braun. Falka Penos Ah, ne, ich bin Penos Penos, das ist, glaub ich, russisch für Brot oder so Nein, das ist nicht, ich bin Russe Äh, ja, Russe? Ah, du bist so fast, bin ich überwarten, ich bin also Batschanland Ist so dasselbe, oder? Nein Also, äh, äh, Klein-Russland liegt neben Aserbaidschan-Land-Mitte oder so, irgendwie, war das, ne? Ich glaube, dass Russland 20.000 Mal größer ist, und so, ne? Und, äh, Russland ist, glaub ich, wie groß fünf Quadratmeter oder so Und, äh, Kliab, eh, he, chleab nintendo das habe ich mal gelesen russisch braunfinger und dumme das bekomme ich immer von schule und da habe ich sogar meinen eigenen rollstuhl bekommen also ja ich ich höre ich hole den gleich um hallo 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 kann ich schon warte wie über das es gibt hier schiebt und es gibt es dritt und so war das oder so wenn er dort die mich immer aus meiner rollstuhl raus wenn ich keine solle machen er der fliegt du bist gestört kann das sein neuer die künftige und du bist nicht irgendwie unsympathisch braunen ich werde du hast so wo wir wollen sind zwei stück oder so ich sage dir das so wie du mit rollstuhl fährst und so mein rollstuhl hat letztens ein rad verloren weil ich gegen eine mülltonne gefahren bin knusber knusber knäuschen wer pumpert an mein häuschen deine mutter mit deine ich glaube deine mutter ruft dich was hat sie gerufen nein nein von irgendwen ruft gerade mutter abendessen meine mutter sagt abendessen schnauze herr 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 nein halt die fresse ich will mein eier auflaufen mit rollstuhl mit weh Boah, mach mal die Game-Musik aus. Jetzt komm mal, Michael! Ey, halt die Schnauze, Alter! Ich leg dir den... Dein Papa muss noch schneiden! Was schneiden? Ich bin deine Mutter und lass ihm nichts zu reden mit mir! Ey, ne? Ich zieh aus aus deinem Karton, der wird mir zu schäbig, ne? Sorry, ähm, meine Mutter ist richtig nervig. Jetzt hör mal auf! Schnauze! Dieses Computer nehme ich... Was ist das? Was ist das? Das nehme ich gleich weg! Da, das Computer! Na, also meine Mutter mobbt mich irgendwie ur! Er hat dich schon an der Mülltonnen Sack gegessen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall viel Arbeit, das so zusammen zu schneiden. Ich glaube, eineinhalb Stunden oder so, weil wir hatten einiges mehr aufgenommen. Und ja, also wir hatten, weiß ich nicht, wie viel... eigentlich aufgenommen, was wir überraschen mussten. Weil es war ein bisschen zu hardcore rassistisch. Deshalb würde ich euch bitten, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ja, dann sage ich nur, wir sehen uns vielleicht bei dem nächsten TeamSpeak Entschulde. Ah, nochmal ein Gruß am Brownie und wir da andere Kassen. Ähm, echt korrekt. Und ja, Lukas? Ja, Loki und die echt korrekte Typen. Und ja. Also, wir haben damit einverstanden, dass wir das machen. Also dann, tschö! 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 Tschö!